Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir möchten euch heute wieder ermutigen, an Gottes Hilfe festzuhalten. Oft sehen wir nicht gleich das Ergebnis, aber Gott verlässt dich nicht. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute habe ich das Thema Streiche Versagen aus deinem Wortschatz. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Streiche Versagen aus deinem Wortschatz. Ja, Versagen. Wir alle haben schon versagt und versagen bestimmt auch mal wieder. Aber Versagen ist wirklich auch eine Chance, etwas besser zu machen. Man kann daraus lernen. Viele sagen, ich habe versagt, meine Kinder zu erziehen. Ich habe versagt, beim Job auswählen oder auch im Job und so weiter. Ich sage dir, gib nicht auf. Es ist immer eine Chance, es nächstes Mal besser zu machen. Wirklich Versagen ist, wenn man immer wieder das Gleiche schlecht macht. Aber das tun wir ja nicht. Ja, Versagen. Es gibt Dinge, da versagt man. Ich zum Beispiel in meiner Schulzeit im Sport war die totale Katastrophe. Ich habe mal ein Beispiel. Ja, Bundesjugendspiele. Ich habe den Ball genommen und Weitwurf. Ich habe mich gedreht und der Arm tat weh. Und der Ball lag hinter mir, statt vor mir. Also, das war totales Versagen. Ich wurde nicht Sportlehrer oder sonst irgendwas. Ich habe das ganze Ding hinter mir und habe was ganz anderes gemacht. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht an irgendeinem Versagen hängen bleiben. Wir müssen immer wieder auch üben, trainieren und so weiter. Also, ich sage dir, auch wenn du mal versagt hast, geh weiter. Und auch wenn irgendwas so richtig schief geworden ist und lass Versagen nicht dein Leben still sein. Ach, ich taug nichts, ich kann nichts. Und der hat gesagt und jener hat gesagt und dort habe ich gelesen. Und in Google findet man alles, was auch nichts ist. Ich sage dir, dein Versagen ist nicht schlimm. Bleib nicht dabei, sondern geh vorwärts. Ich sage dir, Gott möchte dir zur Seite stehen. Herr, ich danke dir dafür, für alle, die sagen, ich habe versagt, dass sie nicht stehen bleiben. Sondern heute ist eine neue Möglichkeit, vorwärts zu gehen, weiter zu gehen. Wer nicht irgendwas ausprobiert, der kann auch nicht vorwärts kommen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns auf Fehler vergibst. Danke, Herr, dass wir Neues erleben dürfen mit dir. Amen. Amen. Gott erhört Gebet. Und deshalb wollen wir auch heute wieder beten für die Anliegen, die eingegangen sind. Per E-Mail erreichte uns folgendes Anliegen. Lieber Daniel, liebe Esolde, durch das immer wiederkehrende Herzstolpern und die Beschwerden in den Beinen, ist jetzt bei mir Angst, Unruhe, Nervosität entstanden. Auch mit Übelkeit und starker Gewichtsabnahme. Ich bin verzweifelt. Bitte betet für mein Anliegen. Und das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst mit diesem Herzstolpern. Und ich danke dir, dass du dieses Herz berührst und dass dieses Herz wieder in seine ganz normale Funktion zurückkehrt. In deine göttliche Schöpfungsordnung. Und ich danke dir, dass diese Beschwerden alle aufhören, dass sie entmachtet sind, dass auch die Angst weggeht, die Unruhe, die Nervosität und auch die Gewichtsabnahme sich wieder reguliert. Danke, Jesus. Danke, dass du der Herr bist, der eingreift und dem wir alles anbefehlen dürfen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen. Ich brauche Gebet für Heilung. Mein Immunsystem ist sehr runtergefahren, sodass der Arzt sich wundert. Kann noch keine Diagnose stellen. Erhalte im Moment Antibiotika, wo ich Bewahrung brauche von Nebenwirkungen. Ich müsste sonst ins Krankenhaus. Jesus, bitte heile mich. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst, deren Immunsystem so heruntergefahren ist. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass du dieses Immunsystem wieder völlig in Ordnung bringst. Danke, Jesus, dass deine schützende Hand über dieser Person ist und dass du sie berührst. Und ich danke dir, dass auch das Antibiotika keine Nebenwirkungen hat. Danke, Jesus, dass sie wirklich gesund sein darf. Diese Person in deiner Hand. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an bis 13 Uhr heute am Telefon. Und ein Gebetsanliegen auch als Fürbitte für alle, die an gleicher Krankheit leiden. Ich bitte um Gebet für Heilung von Parkinson und den damit einhergehenden Symptomen des Zitterns, der Schmerzen und des Bluthochdrucks. Bitte betet für alle Parkinson-Kranke, damit sie geheilt werden und in das hineinkommen, was Gott für sie geplant hat. Bei Gott gibt es kein Unheilbar. Danke für euren wunderbaren Dienst. Ja, in diesem Gebetsanliegen ist eigentlich schon alles drin, was ich jetzt auch sagen wollte. Bei Gott gibt es kein Unmöglich. Und wir wollen wirklich auch für all diejenigen beten, die ähnliche Symptome und auch Krankheit haben. Gott erhört Gebet. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden kennst, der an Parkinson leidet und das ganze Zittern und was alles damit verbunden ist, Herr, dass es weichen muss. Herr, in deinem Namen, Jesu, dürfen wir jeder Parkinson-Krankheit gebieten, dass sie weicht. Ich danke dir für deinen Sieg am Kreuz und danke, Herr, dass wir auf dich Hoffnung, auf dich hoffen dürfen, deine Hilfe hoffen dürfen. Herr, du bist der Gott, der Wunder tut und lass es uns wieder erleben. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per WhatsApp bittet eine Frau um Gebet. Liebe Geschwister, ich habe Muskelschmerzen. Es ist nicht klar, ob es rheumatisch oder ob eine Fibromyalgie vorliegt. Psychisch bin ich niedergeschlagen, ohne Grund. Ich versuche, mich auf Gott auszurichten und positiv zu denken, aber irgendwie hält mich das Schwere gefangen. Bitte betet um Befreiung und Heilung. Danke. Ja, das wollen wir gerne tun. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, auch für diesen Glauben von, ja, befreit zu werden und, Herr, all das Schwere und all das Niedergeschlagene. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass die ganzen Muskelschmerzen weichen müssen in deinem Namen, Jesu. Du bist der Herr, du bist der Heiler. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, durchflute den ganzen Körper, die ganzen Muskeln, Herr, mit deinem himmlischen Frieden. Ich danke dir, Herr, danke für Berührung dieser Person. Amen. Amen. Und viele Menschen erleben auch Gottes Wirken. Und aus dem Norden Deutschlands schreibt uns eine Frau. In der Gebetsnacht 2019 habt ihr für meine Tochter um eine neue Arbeitsstelle gebetet. Ab Oktober 2020 bekam sie trotz Corona einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Danke, Gott, und danke an euch für das Gebet. Wie schön. Versöhnung ist geschehen, schreibt eine andere Frau. Herzlichen Dank für ihre Gebete und ihren ermutigenden Brief. In der ihr verbliebenen Lebenszeit hat es für meine Verwandte noch eine entscheidende Versöhnung gegeben, die sie sehr belastet hatte. Auch eine weitere Beziehung ist zum Frieden gekommen. Das ist von Gott. Danke für ihre Gebete. Und Gott kommt nie zu spät. Er kennt unser Herz. Und diese Frau kann plötzlich lesen ohne Brille. Und sie schreibt, ich möchte euch von einer Gebetserhöhung berichten. Ich setze meine Lesebrille auf. Nanu, die Schrift ist ganz verschwommen. Ich nehme die Brille ab und lese ganz deutlich die Schrift. Danke, Herr Jesus, und an alle, die für mich gebetet haben. Auch meine Blasenschwäche ist geheilt. Danke, Gott. Du bist so gut. Ja, wunderbar, wenn man wieder gut sehen und lesen kann. Mein Mann hat seine Lebensqualität zurück, schreibt eine Frau. Es ist etwas ganz Tolles passiert. Meinem Mann geht es schon sehr viel besser. Die starken Bandscheibenschmerzen sind zurückgegangen. Er hat wieder Lebensqualität und Freude am Leben. Sogar seine starken Medikamente wie Morphium konnte er bis auf Ibu-Tropfen reduzieren. Danke, dass sie für mich und meine Familie gebetet haben. Ja, und das, was Gott begonnen hat, das macht er auch zu Ende. Ist das nicht wieder wunderbar, was wir gehört haben? Wieder richtig gut sehen ohne Lesebrille und so weiter und so fort. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Wir freuen uns, das anderen wieder mitzuteilen. Und den Tipp passend zu unserem Thema heute, überlege dir mal, wo dich dein Versagen aus der Vergangenheit begrenzt. Wo du heute immer noch sagst, ja, aber. Ich habe es mal probiert, aber. Und ich sage, genau dann, probiere es nochmal. Und probiere es wieder. Lerne daraus und du wirst es schaffen. Lass uns weiter dein Anliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir hatten letzte Woche die Live-Sendung Gebet für dich live. Das war wieder wunderbar. Zehntausende haben im Fernsehen auf Anixe HD und Anixe Plus zugeschaut. Wenn du diese Sendung nicht gesehen hast oder verpasst hast, sie ist auch auf YouTube on demand zu klicken. Du kannst sie da anschauen. Es ist so wunderbar, Gottes Wort zählt. Auch wenn wir nicht live dann da sind, sondern du eine Aufnahme siehst oder hörst, Gottes Wort gilt. Und du kannst auch durch so eine Aufnahme Berührung, Heilung erleben. Schau es einfach an. Und wenn du nichts verpassen möchtest von YouTube, klick einfach den als Abonnent YouTube an und dann noch die Glocke. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir was Neues für dich haben. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.